Wie ist das, wenn man einen Toten im Traum sieht? Muss das der Tote sein oder nicht? Liebe Geschwister, die Träume sind dreierlei Art. Einer von Allah, einer von As-Shaytan und einer vom eigenen Nafs. Deswegen, das kann manchmal eine Bedeutung haben, aber es muss keine Bedeutung haben. Wallahu ta'ala a'la wa'a'lam.